Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einem erneuten Video. Hi, der Gabriel und der Jakob sind wieder dabei. Hallo. Hallo. Wir werden wieder Heiden Sieg spielen. So eine Runde oder so. Und dann gehen wir vielleicht in einen anderen Server. Versuchen wir mal Survival Games. Kann man machen. Aber spielen wir noch eine Runde. Da. 82, 82. Scheiße, ich muss hin. Ich komme... Wo ist 82? 82. Ich bin drin. Nein, ich bin nicht drin. Ich auch nicht. Ich gehe raus. Ich kann nicht ziehen. Du kannst nicht ziehen, super. 92. Seid ihr draußen? Ja, warte. Ja, 89, 89. Wo jetzt? Okay, 89, 89. Warte, wie geht man zurück? Hab, schless, 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 hab, schless, hab, schless, hab. Es geht schon los, wir sind zu spät. Ich bin drin. 103, 103. Ist schon losgegangen, mundvoll. Ähm, 64. 64 für alle. Jakob, bist du da? Man. Man muss nur nach den roten Dingern suchen. Ich bin drinnen. Ich auch. Wie kommt man aus den Spielen raus? Slash. 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 Oh, ja, das gibt es ja. Schreibe, schreibe mal, so, alle singen Blattbuchstaben. Oh mein Gott, cooler Gaming. I hate this man, welche man, ist es? I hate this man, welche man, ist es? Ich schreibe mal, ich schreibe mal. Schau mal in den Chat, Philipp. Oh, es funktioniert. Philipp schreit in den Chat. Warte. Scheiße. Warte. Warte. Warte jetzt n die Säßt die Säte zu liegen ein gut besitzt versteckt Warte, okay, das ist doch nicht. Ich nicht, ich bin eine Jukebox. Warte, es gibt an und für sich ein geiles Versteck. Wie macht man das, wenn man sich da so hingeh... so hin? Ich bin im falschen Raum. Der Sieger ist gerade bei mir vorbei. Ich bin eine. Ich bin eine Biene. Ich bin auch eine Jukebox. Ich bin eine Biene. Achso, du bist nicht in unserem Spiel, oder? Nein. Ja, ganz unauffällig. Irgendwo eine Jukebox auf einmal. Ich bin eine Melone neben einem... neben einem... neben einem... neben einem... Ich bin in einem Biene. Ich bin in einem Biene. Was machst du da? Ich bestäule dich. Warum hilft mir denn keiner? Du wirst gefickt. Alter, ich bin neben einem Ofen und niemand bemerkt, ich bin eine Melone. Das ist schon ein bisschen komisch. Zumindest nicht bemerkt. Oh, da kann ich mich gut verstecken, Alter. Nice. Ich mach YOLO. Ich krieg kein Versteck. No, I could do the knockback once more. Außer ich krieg noch... Da kann ich... Ich kann mich da oben reinhängen. Oh nein, es geht nicht gut da oben in Spinnenweben rein. Ich geh mal ein bisschen in Spinnenweben rein. Das ist ein Jukebox-Zimmer. Aber es fällt auch, es fällt mega auf. Ich bin im Melonen-Zimmer. Da ist eine Melone. Hey, friend. Bist du zufälligerweise eine Melone? Ja. Oh, gut zu wissen. Ich mach YOLO, gell? Muss dazu. Du wirst mich nie finden. Der hat einen Scheiß-Versteck. Ich weiß, wo es Melonen-Zimmer ist, gell? Warte. Der hat zum Zoff-Listus. YOLO. Du wirst mich nie finden. Nein. Mann, ist nicht der Mensch. Du schaust. Nein, das ist... Das ist kalt. Nein. Der hat einen Shot-Out von mir gemacht. Ich bin nicht da. Der hat einen Shot-Out von mir gemacht. Was passiert, wenn man einen Zika tötet? Keine Ahnung. Ich hab's noch nicht geschafft. Nein, der stand gerade. Ich bin ins Melonen-Zimmer. Der macht einen Shot-Out von mir, obwohl er nur einen Follower hat. Und das bin ich. Geil. Ich hab gleich einmal ein Wink-Hild. Ein Follower. Ich geh jetzt ins Melonen-Zimmer. Das müsste hier sein. Der. Yo, Crafting-Box. Was läuft mit dir? Niemand wird mich hier finden. Yo, noch eine Crafting-Box erwischt. Läuft bei mir auf jeden Fall. Okay. Mal auf Jagd. Ah, irgendwie fällt das. Was fällt dir ein, du? Scheiß dich an, du. Der hat mir einen Platz geklaut. Mann. Mir ist aufgefallen, ich schau gar nicht nach dem Melonen-Zimmer. Da, du bist falsch. Du bist doch nicht falsch. Ah, du hast mich nicht gesehen. Was? Scheiße. Ich bin tot. Ah, ich lag dir voll jetzt. Ich bin killt. Egal, ich hab mich bewegt. Ich hab schon drei gekillt. Ich hab einen. Oh, ich bin jetzt jetzt drin. Nee, noch nicht. Okay, ich bin da. Jetzt war ich Jagdorf. Ah, ich weiß, wo einer ist, wenn wir ihn jetzt so töten. Aber ich hab keine Ahnung, wo der ist. Mann, ich kenn die alle Maps. Ich kenn all die Maps. Dies ist so unfair. Warte, warte. Hier ist irgendwo ein Loch. Ich bin mir nicht sicher, wo. Hier ist eins. Hier ist eins. Ich hab's. Der ist aber nicht mehr drin. Okay. Ich weiß, wo einer ist. So, du bist tot. Du bist tot, du kleiner. Das würdest du nicht tun, sondern du würdest mich nicht zu essen wollen. Stier. Wo ist er? Ein Loch im Boden. Wer will den wegkriegt? Ah, Melonzimmer. Melonzimmer ist niemand. Da drin können wir uns nicht nur verstecken. Das mach ich nächste Runde. Das ist mal, wenn wir wieder hier sind. Seid ihr schon draußen? Nope. Der ist dann! Scheiße. In welchem Loch war der? Ja. Ich hab extra in den Löchern geschaut. 64, Leute. 64. Ja, noch einmal. 64. Ähm. Ich bin drin. Wartet. Bist du drin? Nicht schon wieder. Cooler Gaming? Ja, ich hab noch gespielt. Wo seid ihr? 64, glaub ich, war's. Cooler Gaming. Machen wir einfach dasselbe wie vorher. Ich bin wieder nicht drinnen. Spielen wir dann Survival Games. Ja. Hey, wartet. Ich komm noch rein. Ich bin noch reingekommen. Echt? Ja, wo seid ihr? In 64. Ja, da bin ich. Ich seh ihn. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Der häselige, häselige. Bitte abonniert Cooler Gaming auf YouTube, bitte. Alle, die das Video anschauen, werden es wahrscheinlich vielleicht schon gemacht haben. Ich bin ein Open. Oh Gott, ein Scheiß-Map. Ich hab gerade die Map gespielt. Was ist? Ah, okay, du kennst ja am besten. Nee, Philipp kennst ja am besten. Ich kenn die überhaupt nicht. Was bin ich? Ich bin ein Baum. Eine Biene. Ich mach das. Scheiß, ich bin eine Biene. Was soll ich machen? Wie kann man eine Biene sein? Das ist mein Scherz. Ja. Perfekt. Ich mach da einfach mal das Jump'n'Run, Pilgert. Und bin oben. Jetzt erst mal chillen. Ich glaub nicht, dass der mich sehen wird. Was bist du? Was? Ich bin ein Holzblock. Ist jemand von euch ein Ofen? Nein. Ich war noch nie was Gutes. Was bist du, Wille? Ich bin eine Workbench. Ich kann mich in dieser Gegend nicht anpassen. Warte, stell dich zu diesem Haufen. Da gab es einen Haufen voller diese Workbench. Da direkt mit den Schienen rundherum. Keine Ahnung. Kann ich mich nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall da direkt gegenüber vom Eingang. Da ist ein Jump'n'Run mit Workbench. Das bin ich einfach ganz rauf. Ja, genau. Ich glaub, das mein ich. Da kann ich nicht hin. Da komm ich sowieso nicht hin. Also da ist es Jump'n'Run. Okay, ich komm auch. Warte, wo bist du? Kann ich noch verschwinden? Alter, was ist denn das? Da oben dreht sich einfach mal ein Zombie. Hey, da hinten bewegt sich ein Ofen. Das bin ich nicht. You're not good in the knockback one's world. Okay, mate. Hey, geh mal Richtung Pilz. Geh Richtung Pilz, Jakob. Ah, da unten. Geh nicht. Beweg dich nicht. Scheiße, da kommen sie. Da schaut dich ein Seeker an. Jakob. Wo siehst du mich? Aber du Muschi, du Muschi, geh weg da. Der Arams dreht. Siehst du mich? Ich bin nicht bei dir. Ich meine, du bist da hinten beim Ofenhausen, oder? Nein. Ich sehe dich da hinten. Ich bin in einer Hütte, neben einem anderen Ofen. Ich bin in einer Hütte. Der rennt einfach mal an mir vorbei. Das Spiel ist ein bisschen fad. Yo. Man sitzt nur da und hofft, dass man nicht gefangen wird. Das ist so wie... Genau. Das ist ja eigentlich auch so... Ich gehe jetzt raus und töte einen Seeker. Ich will schauen, ob du da unten bist. Oh fuck, ich bin fast runterpflogen. So, geh raus. Kann man da zurückgehen? Hey da, du rennst da rein, geh. Ja. Geh zurück, geh zurück, geh zurück. Da oben, siehst du den Workbenchhaufen? Ja. Ganz oben, ganz oben siehst du mich springen? Da, ich bin hier oben. Hey, da hat jemand Ja geschrieben. Warte, ich kann einen Sieger töten. Alter, ich find's irgendwie geil, dass ich... heute auf einmal zwei Abonnenten mehr bekommen hab. Ich hab einen Sieger getötet. Ey, ey, Philipp, Philipp. Philipp, du weißt eh, das ist der... G-O-J-V-W... Philipp, du weißt eh, das ist der Jakob und der Dominik waren. Ja, ich hab eh schon gedacht, dass es ihr... das ist, wer war, aber ich hab nicht... Ich hab einen Sieger getötet. Ich hab einen Sieger getötet. Ich auch. Wir killen die Sieger, bevor sie uns killen. Habt ihr was bekommen? Nein. Nein, ich hab gar nichts bekommen. Aber jetzt bekommt der eine Abreibung. Ich bin tot. Scheiße. Hab ich dir erzählt, wo ich bin? Ich lauf hier herum einfach. Ich wette, denen fällt nicht auf, dass deine Kiste herumläuft, ein Ofen. Ich wette, dir fällt nicht auf, dass ich hier oben grad Kniebeugen mache. Scheiße. Okay, weiter geht's. Ich weiß, wo ihr seid. Seid ihr Sieger? Warum ist der Niklas 73 zweimal gestorben? Du, gell? Ich? Wo bist denn du? Ich hab den noch gar nicht gesehen. Wem? Für dich. Ich bin Sieger. Ich bin Sieger. Scheiße, ich bin gestorben. Fuck, 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 fuck. Fuck, fuck. Seid ihr draußen? Oder wo seid ihr? Wow, ich glaub ich hab jetzt 94 Token. Ich hab dem Jakob gesagt, wo ich bin. Und er hat mich auch gesehen. Und ich bin direkt vor dir. Töte mich nicht, töte mich nicht. Töte mich nicht. Ich beschütze dich. Töte mich nicht. Ich beschütze dich. Ich schlag dich runter. Siehst du dieses Zombie an der Strip-Stange drehen? Ja, ich hab ja ganz ehrlich gesagt. Und dann geht der Strip-Stange komplett ab. Ja, ich hab jemanden getötet. Jetzt steckt's. Ey, doch nicht. Du reincheck, du. Ach so, du bist hier oben? Nein. Du bist da oben, ey. Fick dich. Bist du das? Oder bist du das? Nein, du Muschi. Sollte ich nicht? Ja. Ich hab noch gewonnen. Komm, geh mal Survival-Game spielen, Leute. Okay. Okay, okay. Jetzt muss mein Jetzigen was eingeben. Lieb, oder? Slash ab. Ab? Ab. Slash ab. Ab. Mach Crip. Quick. Geht nicht. Oops. That command is not valid. Slash? Du musst spawn gehen und jetzt leave, oder? Nein. Ja, aber. Du musst slash und dann H-U-B. Ach so. Ja, okay. So hub. Also ich hab hub verstanden mit A und B. Ich hab hub. Ich hab hub mit H-A-P verstanden. Ja, meine Eltern kommen einfach nicht. Ja, jetzt bin ich hier. Das ist offensichtlich krass. So bad. I'm coming for you. Aber voll gegen Block. Voll gegen Block. Da ist nirgendwo da. Zwei. Nein, sieben. Sieben ist das. Warte noch, ich bin noch nicht da. Momento, señorita. Sieben ist zu spät. Setz ihr. Okay, warte. Ich bin gleich im Raum. 39. 39. 39. Ich kann auch immer nicht zählen. Warte. Wo ist es? 59. Ich bin viel zu weit. Ich kann das nicht. 39. Ich hab's. Ich hab's. Ist voll. 39. Ah ja, ich hab's. 39. Das ist ganz geradeaus, Jakob. Wenn du reinkommst. Jetzt. Scheiße. Ich hab's. Eine Sekunde. Draufbleiben. 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 Nein. Wo, 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 wo? Auf 39. Es ist schon längst voll. Ja, schau mal. Es kommen hier irgendwelche wieder raus. Ja, aber können wir... Schau mal woanders. Okay. Da oben. Warte, ich bin drin. Das sind gerade 25 von... Ich bin jetzt wieder rausgegangen. Was ist das für eine Scheiße? Wohin seid ihr jetzt? Wo seid ihr? Es ist schon sofort... Ah, 56. 56. 56. Neben dem unteren Eisen. Ja, ich... Ich drück schon drauf. Wenn man da nicht reinkommt, dann spielen wir auf Hypixel, oder? Keine Ahnung, was das ist, aber ja. Komm schon. Nein. Nein. Du liebst es nicht. Ich hab draufgedrückt, die ganze Zeit. Da noch 84, noch ein Versuch. 84. Ganz, ganz am Ende. Nicht ganz. Da. Ich komm nicht rein, egal was ich drück. Ja, es ist auch noch Restarting. Nein. Nein, nicht deswegen. Aber auch so. Bleib oben. Bleib oben. Du musst nichts aufdrücken. Nein. Von einer auf der anderen Sekunde... Gott soll. Spielen wir am Hypixel-Server. Die, ähm... Die IP ist mc.hypixel.net mc... mc.hypixel.net 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 Nein, hypixel.net Okay, der ist geil, der ist wirklich geil. hypixel.net Ich hab einen Kompos und einen Knochen. Okay. Ich geh jetzt jemanden fahren mit dem Knochen. Wir sind ja viel mehr drin. So, da gehen wir ab. Survival Games. Ich warte, ich bin verwirrt. Wo sind die? Okay, wahrscheinlich kann man auf die Uhr drücken. Ist ja ruhig auf der Spawn. Was ist denn das bitte? Boah, joo. Auf was? Seid ihr auf Survival? Okay, wir müssen uns treffen. Ja, wo ist Survival? Survival Games. Geh auf den Kompos und dann aufs... Da ist der Kompos. Ja, ich war am Knochen. Sorry. Hier ist niemand. Ich bin eh drauf. Seid ihr da? Ja, rein check. Vor dir bin ich. Ich seh dich nicht. I check. Schau nach unten. Ich seh dich nicht. Ich seh dich nicht. Da, jetzt hab ich dir irgendwen gesehen. Da, jetzt seh ich einen Amok. Amok. Ja, okay. Ist ja mir egal, wo ihr seid. Gehen wir in... Da, in... Zwei. Na, VIP. Drei bis zwei. 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 Bist du drin? Ja, ich bin auch drin, glaub ich. Hoffe ich. Das ist das. Wo bin ich? Ich bin in seinem kleinen, verschrumpelten Rauf. Cooler Gaming bist du drin? Ja, ich hab dich gesehen. Da bist du, bleib stehen. Ich sitz da mal. Ich bin da vor dir. Bojo. Okay, ich seh den... Bojo! Bojo! Klingt an, ne? Deine Beats, Kopfhörer. Verkehrtes B. Verkehrtes B, Philipp. Das ist kein verkehrtes B. Ja, okay, aber bei Beats sitzt du rumgekehrt, ne? Warte. Ja, alles geht los. Bist du, du hast ne fette Nase. Komm, komm, ich hab keine Angst vor euch. Ich hab nen Bogen. Hey, wieso hab ich nen Bogen? Das ist irgendwie markiert auszuwählen für die Dinger. Warte, ich hab... Hä? Ich hab nen Bogen. Hey, da hinten ist... Schau mal, Jakob, drück Seitentaste, die kann man irgendwas auswählen. Astronaut? Nein. Ach so, das, da ist es. Hey, wir machen Team, gell? Wir machen schon Team. Ja, wo seid ihr? Hey, du kannst das nicht auswählen, du bist kein Premium. Ah ja, ich bin ja kein... Wo seid ihr? Was zum Teufel war das? Ich seh euch nicht. Ich will Premium sein. Das will Premium sein. Wo seid ihr? Wo bist du? Bist du neben Blaubarsch, Burbe? Kann ich schnell Kulak? Nein, da bin ich nicht. Ich seh dich. Warte. Wo bin... Du kannst mich sehen? Da ist einer frei. Nagelbali, du bist genau gegenüber von mir. Ja, und der Kulak ist... Ich hüpfe gerade, siehst du den? Der Kulak ist genau in der Mitte von... Oh, fuck. Ich hab... Ich hab nicht... Doch! Bojo! Nein, ich hab nicht... Ich hab einen alten Schmerz. Scheiße, ich werd schon geschlagen. Mann! Ich bin schon tot. Was? Bojo! Lasst mich in Ruhe. Du blöder Homophist. Es ging schnell. Ich bin auch fast tot. Bojo! Irgendwie übel ich hier raus. Jetzt bin ich alleine in diesem kleinen Haus. Alter! Nein, ich bin... Ich bin... Hey, du bist durchsichtig. Du... Bist du am Leben? Nein! Die sind gleich auf mich gegangen. Ich bin noch am Leben. Ja, genau wie bei mir. Ich bin noch am Leben. Yeah! Wieso bist du durchsichtig? Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab zwölf Pfeile und ein Eisenschwert. Die sind jetzt alle durchsichtig. Ich bin in dir. Ich brauch Kisten, verdammt nochmal. Oh! Scheiße! Ich werd sterben. Ich brauch... Nein. 20 Leben? Wirklich? Das hat da drinnen anders ausgesehen. Doch, man hat Leben. Ein Leben ist... Halbes Herz. Gehen wir wieder raus. Komm. Spielen wir zwei. Da ist jetzt Slash Lobby. Alter! Okay, ich bin da. Spielen wir 2 zu 1. Oder nein. 1 zu 1. 1 zu 1. Bin da. Ich auch. Ah, da ist die fette Nase. Nackt da. Da ist ein Nackt da. Wo? Nackt da. Alter, der hat einfach mal... Der hat einfach mal... Der hat einfach mal... Der hat einfach mal einen Mongo Skin. Das ist ein Wahnsinn. Ja, da... Ah, das muß! Ah, komm! Bitte! Also... Wo hab ich econtrol? Dieses Steinschwert... Was?! Alter, du hast von Anfang an ein Eisenschwert gehabt? Ernsthaft? Ey! Ja, in die habe ich jetzt, ich habe plötzlich urneu, wow, geil, ich habe eine Rüstung, Gold und Ketten. Ja, da war genau eine Kiste vor mir, die niemand genommen hat. Unter mir ist Bad Rock, den mache ich kaputt mit der Faust. Ja, viel Spaß, eine Stunde, ey, ey. Bis steppert. Ja, das war eine Stunde. Mit einer Dingspizza gebraucht, eine Stunde. Wann geht's los? Das Ding, ähm, mit einer, ähm, 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 Diamanttenzocke. Wenn überhaupt. Schon wieder mit Kettenrüstung, das wird sofort verbrannt. Na, halt die Fresse, Cooper. Cooper ist arm. Was ist besser, Gold oder Coop, oder, was? Gold oder Cooper, nein. Gold oder Ketten, Ketten ist besser. Okay, und das schmeißen wir weg. Gold ist extrem groß. Die schmeißen wir weg. Die schmeißen wir nicht weg. Die schmeißen wir weg. Den Kompass. Jo, die haben es mir einfach mal überall rausklaut. Nein, da ist Lava. Bist du? Ich bin genau neben die Lava gesprungen. Alter, so Faggots. Nein, jetzt bin ich in der Lava. Jetzt das. Ja. Oh, nein. Peter. Ich brenne noch immer. Achso, ich habe gedacht, du bist zu rot. Ja, ich brenne noch immer. Ich kann die anderen abzünden. In diesem komischen Raum. Oh. Wow. Eisenschwert, jawohl. Halte ich mal in. Nicht Eisenschwert, Steinschwert. Stein. Ja, habe ich eh vorher gedacht. Ich habe auch nicht Eisenschwert gemeint, sondern Steinschwert. Oh, ein Tunnel. Unterwassertunnel. Ich schwimme. Oh, dann machen wir mal das. Oh, ist Gepaintball Adventure. Was ist The Walls? Oh, kann man Quakecraft spielen nachher? Ja, sicher. Das werden Payer sehen. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge Quakecraft. Ja, ja. Fili, wieso kannst du nur so kurz aufnehmen? Ich kann länger aufnehmen, aber ich will jetzt keine halben Stunden Parts machen. Fuck. Ich mache lieber mehr und dafür kürzer, anstatt weniger und dafür länger. Ich fasse ich jetzt scheiß Spinnen. Weil die Aufnahmespanne von Leuten. Wo ist die Kiste? Boah, yo. Ich habe einfach mal zwei Schläge gebraucht. Bist du draußen? Ja. Da spricht jemand Französisch, glaube ich. Bist du auch schon tot? Ja, ich bin draußen in der Lobby von einem Survival-Dunnel. Okay, dann springen wir auch schnell Quakecraft. Da, ich habe gerade so eine gute Runde. Okay, ich sehe... Scheiße, ich bin so dumm. Ich bin bei Quakecraft. Ich habe es gewusst. Ich habe 105 Coins. Ich habe die Pfeile weggeschmissen und jetzt habe ich einen Pfeil. Ich habe null Coins, null Kills. 2 zu 1, 2 zu 1, 2 zu 1. Wohin soll ich gehen? Wenn du geradeaus gehst, musst du rechts und dann da 2 zu 1. Mann, ich bin so dumm. Schaffst du das? 2 zu 1. Ja, ich bin... Was? Okay, dann eben daneben. 1 zu 1. 1 zu 1. Ja, jetzt da bin ich. Ich glaube, ich werde sie gewinnen. Was? Ja, Survival Games. Uh, ich glaube, ich habe eine Folge von dir gesehen, wo du da gespielt hast. Ich habe volle Kettenrüstung. Ich habe volle Kettenrüstung. Ich werde es noch gewinnen. Ich glaube, ich gewinne es. Ich habe so ein Gefühl. Ich habe nie Survival Games gespielt, deswegen bin ich nicht so gut. Hast du es schon mal gewonnen? Survival Games? Ich habe es schon mal richtig schön gewonnen. Ja, das ist ein. Er ist das eigentliche. Ja! Oh, klar. Einbild das Schluss macht. Ja. Ja, okay, klar. Also, ich würde sagen, nach der Runde ist Schluss. Ja, wir müssen eh aufhören. Ja, aber nach der Runde erst, oder? Ja. und von so ein schönes Leben die Nähe schon gut der Gienbrunnen 3 zu richten in so richtig schlechte Sachen kommt nichts mit Anfang ich werde sie gewinnen ich bin mir ganz sicher ja, ich hätte sowas verwenden das gibt es einfach nicht niemand hat da noch irgendeine Kiste wie lange nimmst du das noch auf, Philipp? ähm, nach dem Craig Craft ok und wann ist es oben? Ist es heute noch oben? ja, ich hätte es morgen rauf ja na, ich lass es vielleicht heute schon hoch, aber ich tue es dann erst wie lange dauert es eigentlich? fuck na, wie lange es dumm circa ja ah, noch 5 Player hey, ich bin dritter ich bin 5 ich bin 5 auf der ich sag ah bis, kiste mit nem Schommel gefunden bitte sei gut schat ich geb jetzt alle noch ne unnötigen Sachen yo, ich bin fast erster ok, ich bin nicht fast erster alter, der Piu Piu ich bin aus der Welt geflogen ich hab keine Waffe ich bin schon vorbei wen hat der? das ist richtig stark, was der jetzt gemacht hat 25 25 was ist Piu Piu? ein Name so oh, 6 Kills und 6 Coins shop ok, geil ich muss schauen wo die Blitze sind, sonst kann ich mir irgendwas kaufen ok, fokussieren Wollen wir noch eine Runde TNT Run spielen? Wollen wir noch eine Runde TNT Run spielen? geht sich das noch aus? ok, eine Runde wir gehen dann bald schlafen also TNT, oder? also TNT Games ja wo ist TNT Run? wenn man jetzt reinkommt wow, hier sind viele ich muss kurz die Vollpfosten da wieder weg machen so, TNT Run wo ist das? hier war jemand hier war jemand hier war jemand vor kurzem Glück bist du bei 6 zu 2? warte, wo bist du überhaupt? scheiße, das hätte ich nicht es gibt so viele von diesen Schildern wenn du spawnst geradeaus und dann links nein, ich bin kreisgelaufen ja, wo? bist du da bei dem Goldblock, Diamantblöcken und Eisenblock? äh, ja ja, glaub schon und dann eben links ist da eine Wand ja, welches? ähm, 5 zu 0 5 zu 0 TNT Run äh, da ja, ich bin drin so ok, ich geh jetzt auf den Akt rein, zeig, wo ist denn der? ich renne die ganze Zeit im Kreis ich weiß nicht ich weiß nicht, wie man hier wegkommt der Sack hast du denn? ich seh, ich steh genau in der Mitte da bist du ok Unicorns ja, eine Tasse zu ist so schön ja, eine Tasse zu ist so schön ja, eine Tasse zu ist so schön was spielen wir eigentlich? hm oh, ist hier los? was ist hier los? was stimmt? hm 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 ich bin irgendwie durchgeflohen also Spaß schon mal mich jemand verfolgt ne ey alter wie ich geh zum Schiff das schaut geil aus was leckt der Kack so die Menschen, die die Welt gebaut haben Respekt dieses Schiff gebaut haben das ist geil so richtig geil und das ist so richtig geile Kiste die will ich mir jetzt so richtig geil nehmen alter ich hab hier einfach mal eine Etage für mich alleine ich auch ich hab ich hab die ganze Welt für mich alleine, wenn ich keine finde nein jetzt ma scheiße so ein Hurensohn scheiß 3 die haben hier SMS geschrieben lieber 3 Kunde sie surfen auch sofort wieder mit Fullspeed Geschwindigkeit ja und dann wo warst du nicht vorher? ja ja bei dem komischen Scheiß ich bin doch geflogen wem? bei dem komischen Elektro Elektro Hardcore scheiße wie viele Etagen gab's? auf jeden Fall hab ich da jetzt grad hingeschaut und super wie viele Etagen gab's Philipp? 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 5 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 6 9 9 10 8 9 13 14 15